Die Szenesong for the broken hearted Ich höre nichts mehr, sobald ich einen Wasserhahn anmache Ja, da musst du nochmal Bassboost drüberlegen Musst du nochmal Bassboost reinmachen Und damit herzlich willkommen auf der Datenautobahn Oh, aber kein Tesla, ist zu laut jetzt gewesen Hallo, na, ein saftiges Aloha von der... Auto Von Daten Ich bin Daten und du bist... Bahn, Auto Ja, und Auto ist heute leider nicht hier Er muss zu irgendeinem Aids-Beratungskonferenz treffen Richtig Wie war das? Das war genau so Ne, also der Tinko, der hat vergessen, dass er kurzfristig irgendwie auf so ein Seminar muss Und der gorkt jetzt in Berlin rum Und Herr Otus hat sich hier wieder richtig elegant angeboten, da einzuspringen Mit seiner Expertise Schmatzender Lippens, schmatzendes Mundes, habe ich mich bereit erklärt Ach scheiße, vergiss das, du weißt, was ich meine Schmatzendes Mundes Schmatzenden Mundes Du hast es, du hast es, ja So meine ich es Ich habe einiges, ich habe nicht unbedingt einen fetten Katalog an Dingen, die diese Woche passiert sind Aber das Wichtigste ist natürlich, dass ich einen Vogel auf meinem Balkon gefunden habe Stimmt Und dem wurden jetzt tatsächlich die Eier weggenommen Wer hat das gemacht? Ich hatte hier so eine Vogelfrau Eine von der Taubenhilfe Und die hat die Eier durchleuchtet Und die hat gesagt, die sind schon sehr weit Und die geht jetzt in einen Brutkasten oder irgend sowas Ein Inkubator I don't know Achso, ah, und die wird jetzt manuell ausgebrütet Genau, da wird es jetzt so durchgefaltet Die Taube hat halt Plastikeier bekommen Und die gibt dann halt irgendwann auf Und das steigert dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht zurückkommt Okay, du denkst dann so, boah ey, wenn die Eier hier nicht klappen, dann liegt es am Balkon Ja Mhm, okay So, vielleicht können wir das irgendwie auf Flüchtlingskrise Ah, egal Hey, Moment mal, also wir geben denen dann Plastik-Sozialhilfe Ja, genau So, easy Und Plastik-Jobs Und dann merken sie sich, hä? Und irgendwann geben die, okay, fair Ähm Aber das ist ja ein gutes Stichwort Du hast mich nämlich auf ein Thema diese Woche aufmerksam gemacht Das völlig an mir vorbeigegangen ist All Elite Wrestling Name des WWE 2K22 Konkurrenten bekannt Oder? Das ist der Wahnsinn Was ist All Elite Wrestling überhaupt? Steht hier in dem Beitrag Weiß ich nicht Ja Das sind nur die Creme de la Creme wahrscheinlich Mhm Cool Ich guck mal eben, ob der Name hier irgendwo steht Aber hier steht Äh, Toni Kahn Alter, das hätte ich echt nicht gedacht Was Kahn der? Boxen, Leute rumschmeißen Ähm, sich in so zwei Gummibänder reinlegen Und dadurch Momentum nach vorne gewinnen Solche Sachen halt Ah, okay, geil Ich finde das gut, dass du hier auch Tinkos Part ordentlich übernimmst Mhm Als nächstes musst du noch sagen, dass die AfD nicht gut ist Nicht nur das Ich bin auch ein bisschen müde, hab schlecht geschlafen Ich bin auch ein bisschen krank Okay, nice Ja, äh, ich wollte eigentlich über Über die ukrainischen Flüchtlinge reden Die, die gar nicht so flüchten Sondern in Bunkern bleiben und Musik machen Habe ich gehört Ja Joke und Klaus haben mir das erzählt Ja, wenn die hier herkommen Da kriegen die nämlich nur Plastikinstrumente von uns Und geben dann irgendwann auch meinen Quatsch Aber den, ehrlich gesagt Fand ich diesen Beitrag Äh, sehr treffend Ja Man kriegt Menschen natürlich emotional durch Musik Aber wenn du in den Nachrichten hörst Ja, da sind irgendwie tausend unterirdisch Das knallt halt nicht so rein Wie wenn du halt Das in der Art und Weise halt siehst, ne Ja, also als Erklärung Aber was ist passiert? Was ist passiert? Weil das hatte auch nicht so viele Aufrufe Ich glaube, das hat jetzt nicht so viele Leute Ich sag mal, interessiert Und, äh, es ist einfach mal wieder so ein 15-Minuten-Beitrag Die haben Kick ProSieben gewonnen Wie das halt immer so ist Haben die jemals nicht gewonnen? Keine Ahnung Ja, haben die auch mal nicht gewonnen Ich denke, der Beitrag ist ungefähr so uninteressant Wie halt was, was zur Primetime auf ProSieben läuft Ne, das guckt ja keiner Ja 20.15 Uhr, paar Ne Ne, ich meinte rein von YouTube aus Also, klar Ach so, ja Ähm, ganz kurz Ähm, ja gut Ich glaub, die Zuhörer wissen jetzt, was passiert ist Wenn nicht, schreib's in die Kommentare Was mich so ein bisschen wundert Ist, wie lief das ab? Also, die haben dieses Interview mit diesen Leuten In diesem Bunker da geführt Ja, erzählt mal und spielt mal euren Gig So Und dann fragen die natürlich Ja, wann wird das ausgestrahlt? Wir sagen Jörg und Klaas Hm, weiß nicht Ja Hängt davon ab, ob wir die 4, 5 Dartpfeile treffen Und die, äh, Tennisbälle in den Mülleimer treffen können Wenn nicht, dann war's umsonst Aber, komm Oder, oder wie ist das? Also, ich kann mir langsam echt nicht mehr vorstellen Also, in manchen Sachen Ich hab halt diese Jörg und Klaas gegen ProSieben-Dinger noch nie gesehen Ist das denn auch live? Ja Also, dann ist halt richtig strange Ne? Ich glaub, das müsste live sein Ich glaube, das ist Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, jetzt wo du gefragt hast Aber ich denke auch dieses, ähm, Olaf Scholz-Ding Die werden ja nicht sagen Ey, Kanzler, setz dich mal hin und laber über Corona Mal gucken, ob wir es ausstrahlen Man hängt davon ab, ob Joko es schafft Genug Kartoffelsäcke zu stapeln Ja, ansonsten brauchen wir Also, später irgendwie können wir es als Schnittbild irgendwo mal zwischenschieben Aber wird dann halt nicht ausgestrahlt So wird's wahrscheinlich, so wird's, denke ich, nicht sein Ich glaube, das müsste live sein Ja Ich denke, weil der Sender auch selbst immer nicht weiß, wie lang es geht und so Weil, sonst wäre ja bei einer Voraufzeichnung klar Hm Ja, und, äh, daran angelehnt, was ich hier meinte mit den Klicks Ich guck hier grad rum Pflege ist nicht selbstverständlich 2,3 Millionen Männerwelten 4,4 Millionen Joko und Klaas live 3 Millionen Und das hat halt jetzt nur 350.000 Es sind erst zwei Tage, aber Ich hab das Gefühl, dass das irgendwie die Leute nicht so Also, die wollen das nicht wissen Meinst du echt? Ja, ich hab, also, weiß ich nicht Oder es hat nicht so, äh, Wiederschauwert Das kann natürlich sein, dass die das im Fernsehen sehen und sagen Ja, gut, da hat halt jetzt so ein Typ Underground rumgesungen In so ukrainischem Akzent Ja, das fand ich halt wirklich witzig Weil das klingt halt so richtig brutal Ich hab ja mal versucht, eine Impression zu machen Äh, die Szene ist song for the broken heart Ja, ich hab's geliebt Ich wollte's mir ein zweites Mal angucken Aber dann wurde mir irgendwie so mulmig bei den Gedanken Dass einfach nicht klar ist, ob die überhaupt noch leben Und ich weiß nicht Dann hab ich mich irgendwie schlecht gefühlt Und hab's mir dann doch nicht nochmal angeguckt Okay Also, die Logikkette war Also, wenn die jetzt schon tot sind Dann seh ich nicht ein, das nochmal mir anzugucken Ne, ich hab ja, ich hab ja keine Logikkette Ich hatte ja eine Bauchgefühl-emotionale Kette Und die ist ja nun mal dumm Na gut Ja, äh, gut Da haben die dann halt Musik gemacht Ich hör doch dieses, dieses Narrativ so ein bisschen Ja, wir kommen euch in Deutschland besuchen Wenn wir bis dahin nicht tot sind Das ist, das ist schon, das ist schon Eine merkwürdige, einmalige Bedingung, die da gestellt wird Also, das Macht irgendwie auf eine nochmal ganz andere Art und Weise Klar, in welchen Zeiten wir uns grad befinden Und deshalb fand ich's gut Ja, und es ist ja auch dann zwischengeschnitten Mit so Bildern von den ganzen anderen Leuten Die in dem Bunker da rumhocken Und, äh, was halt ein bisschen strange ist Also, das wird ja auf so einer Bühne ausgestrahlt Wo die auch das anmoderieren am Anfang Und da sind so drei riesen Fernseher Und das ist dann quasi so das Die Szenerie Das fährt dann halt über diese drei Fernseher Statt einfach das Bild in Vollbild zu zeigen Die ganze Zeit Und das ist dann, äh, cinematisch Oder so, ich weiß auch nicht Ja, ja, ich glaub, das soll echt cinematisch sein Also, ich hab einen Kommentar gelesen Wo auch drin stand, ey, ich fand die Idee mit den drei Bildschirmen voll gut Die so leuchten und so doppelseitig sind Hm Die drei Bildschirme gucken sich gegenseitig an Das verkörpert so ein bisschen die Hilflosigkeit Und dass keiner da helfen will Das sind alle auch Vielleicht das Also, dass keiner da helfen will Ist, glaub ich, einfach nicht richtig Also, ja, vor Ort, mein ich Ja, gut Vor Ort ist ja auch niemand mehr als Osser der Feind Und dass der nicht helfen will Ist offensichtlich Aber krass Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr Geht unter die Haut Bleibt im Kopf Ja, ich wünschte Eine schnelle Lösung wäre in Sicht Aber Mal gucken Mal gucken Ich wünschte, ja, es bringt ja nix Aber ich wünsch natürlich trotzdem alles Gute Aber es bringt halt nix Das ist wie, wir können nicht tatenlos zusehen, sondern beten Ja, ruf mal bei der Botschaft an Sag, ich wünsch alles Gute Ja Ist halt so eine Situation Aber wenn wir gerade bei diesem wundervollen Thema sind Dann kann ich noch sagen Dass der Zelensky meint Dass es auf jeden Fall keine Lösung geben wird Bei dem Ein Ostteil der Ukraine abgetreten wird Das ist, soweit ich weiß, relativ neu Weil am Anfang stand das schon irgendwie im Raum Hier mit Donbass Naja Die Frage ist, ob er dabei bleibt Das hängt natürlich davon ab Irgendwann Irgendwann ist natürlich die Frage Wie viele tote Ukrainer ist Die Ostukraine wert? Das muss man halt irgendwie dann gucken Ich weiß nicht Aber das Volk steht ja hinter ihm Und die sind irgendwie großteils auch bereit zu sterben Und so Ganz, ganz merkwürdig Ja Ich wollte nur nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast Anknüpfen Wir können in der Botschaft anrufen Wir können natürlich auch Putin anrufen Und ihn auffordern, den Krieg zu beenden Oder, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe Wir schicken eine Raw-Post durch Nord Stream 2 Ja, doch Ist auf jeden Fall eine Variante Vielleicht versteht das ja dann Vielleicht sollten wir jetzt auch einfach anfangen Russland zu unterstützen mit Waffen Aber mit Plastikwaffen Stimmt Irgendwann gehen die auf Alter, 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 alter Scheiße Du bist da der heißen Sache auf der Spur Diese Taube hat mich auf jeden Fall sehr viel gelehrt Wir sagen so Ja, Russland Ihr habt bestimmt mitbekommen Dass wir an die Ukraine nicht so viel liefern Das hat damit zu tun Dass wir die ganze Zeit für euch waren Ja Wollt ihr Waffen? Ich merke ja, dass ihr die ganze Zeit so ein bisschen verkackt Und Soldaten Plastiksoldaten, genau Genau, halt so Einfach so Gummipuppen Gummipuppen mit so einem Helm Weißt du? Ja Die dann so Da schon wie so ein T So ein Oh-Mund haben so Oh Und dann so einen Helm aufgesetzt Zack, fertig Na ja, da Pudi so Ja, danke Ihr kriegt jetzt richtig viel Gratis-Gas von uns Zum Dank Und dann Easy Ja, alter Du könntest einfach in die Politik Habe ich das Gefühl Ja Aber jetzt mal Also mal ganz ehrlich Ja So rein von der Geste her Wäre das schon ein guter Move, oder? Wenn man sagt Hier Wir unterstützen euch jetzt Also so So ein Spott-Move halt Ich fände das gar nicht so Scheiße irgendwie Ja Das wäre witzig Aber ich glaube Es steht gerade echt einfach zu viel auf dem Spiel Ja Okay Ich habe beobachtet Dass Herr Pudding Nicht immer hundertprozentig rational handelt Mhm Und wenn er uns von allen am doofsten findet Und dann vielleicht doch sagt Okay, ich gehe jetzt mal doch ein bisschen gegen die NATO Mhm Ich weiß nicht, wenn eine Atombombe Dortmund trifft es nicht so schlimm Aber es gibt ja auch so Kulturgüter in Deutschland und Menschen Ja Und das wäre dann wieder schade, wenn die sterben Ja Also ich verstehe den Gedanken Dass man den jetzt nicht provozieren will Zumindest nicht aus politischer Sicht Aber wenn es die Heute-Show sagt Wir liefern euch Plastikwaffen Ja, warum nicht? Okay Es gab auch irgendwie zwei Brände Da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen Aber es war wohl ein großes Ding Innerhalb von Russland Ach ja? Eine Chemie Wie sagt man? Chemical Plant Eine Chemie Eine Chemiepflanze, ja Ja, eine Chemiepflanze Keine Plastikpflanze Es sind zwei abgebrannt Second Mystery Fire in a Day Mhm Wahrscheinlich sind die einfach in den Sturm geraten Und dann sind die durch einen Unfall Feuer gefangen Äh, nee, warte mal Das war das Schiff letzte Woche, ne? Ja Ja Ich komme nicht mehr mit Tut mir leid, ich muss den Witz jetzt erklären Red weiter Ist okay Nee, ist okay Ich rede weiter Weiß man, was an dieser Chemiepflanze hergestellt wurde? Chemie Chemie? Ja, wahrscheinlich VHS-Kassetten So was halt BASF Ja, was, was, ja genau Was es halt in, in Russland so gibt So DVDs Und, äh, Hörspiele Okay Die sind doch da so gestrig Äh, weiß, weiß ich nicht Also gut Wäre mir interessant Also ob das so Chemiewaffen sagst Die sind es nicht, ja Ja, ich kann doch jetzt mal gucken Ich hab's nur als Überschrift gesehen Und dachte, vielleicht hast du da was gehört Nö Vielleicht dachten sich auch die Arbeiter dort Das sind vielleicht Putin-Oppositionelle Und dachten sich so Nee, äh, wir lassen jetzt aus Von den Streichhölz fallen Damit diese scheiß Fabrik hier weg ist Und der nix kriegt, ne Russland Also ich würde wirklich interessieren Wie, wie viele Leute ernsthaft Oppositionell Innerhalb von Russland sind Mhm Vielleicht noch frei rumlaufen Vielleicht sogar was zu sagen haben Ja Und ob das das vielleicht irgendwann Ihm so ein bisschen den, den Hals kostet Ist ja meine Hoffnung, ne Russland Tote bei Brand Militärforschungsinstitut Auch Chemiefabrik in Flammen Brandzerstörte Russisches Wurschungsinstitut Also Da geht was Mhm Und hier steht Defekt im Stromnetz vermutet Vielleicht haben die da irgendwie Ungeschickt ein bisschen Bisschen Metall Um den Stecker gewickelt Oder so Sicherlich Ich weiß ja jetzt nicht, was Russland für Steckeranschlüsse hat Mhm Ich hab nur kürzlich Das hat jetzt absolut nichts damit zu tun Ein Video über Weiß ich gar nicht, was das für eins war Also dumme TikTok-Challenges Und da haben Leute, die so einen englischen Anschluss Ich glaub, haben so ein Cent-Stück Haben das so ein Stück rausgezogen So ein Cent-Stück da reingemacht Und dann ist das so knall Ist da so Der Strom halt so explodiert Und da dachte ich so Hey, das geht bei deutschen Anschlüssen gar nicht Geil Weil die viel besser sind Ja, lieber mit der Gabel in den Toaster rein Äh, weiß ich jetzt nicht Der Toaster sollte aus sein Dann geht das Okay Ja, also Das ist mir hier alles zu viel Downer Ich will mal kurz über was Das Geburtstag reden Ganz kurz Kriegt man da eine gescheuert Wenn man die Gabel in den Toaster tut Das explodiert doch so Also ich weiß nicht Ob das Äh Bei alten Geräten nur ist Aber Äh Toaster Fork Oder halt Ah ja, okay Guy putzt live in den Toaster Vielleicht ist das auch Vielleicht bin ich da auch Nem Nem uralten Hoax Äh Anheim gefallen Das klingt auf jeden Fall logisch Dass es da knallt Aber was ist so ein sehr bekanntes Video Und das Explodiert halt Okay Aber vielleicht ist es auch Ein guter Fake Also gestern Wo so viel geiler Scheiß war Den du in die Oase Kostet nur 3 Euro im Monat Reingestellt hast Ja Das war Bastis Geburtstag Ja Das war Bastis Geburtstag Der hatte zwar Vorgestern Wenn ihr das hier hört Vor vorgestern Also am 21.04 Richtig Ja, das muss ich mir mal gleich In meinen Kalender hier reinschreiben Dass der Bastis Geburtstag hat Da gratuliere ich dem nächstes Jahr Mach das mal Der hättest bestimmt auch Schön vorbeikommen Istan können Wenn du nicht In deiner Lieblingsstadt Wären würdest Ähm Ja, der Bastis hat mir Eine Spramo geschickt Und hat gefragt Kannst du mal vorbeikommen Beikommen Beikommen Aber ich wusste es dann Die ganze Zeit nicht Ich hab ihm tatsächlich Auch so einen improvisierten Trap Song Zum Geburtstag geschickt Direkt nach dem Stream noch War ich noch in der Mood Und hab da auch So einen Scheiß aufgenommen Ähm Geil Also es war auf jeden Fall Ein Event Ich will nur ganz kurz erwähnen Dass ich halt Also wir hatten In meiner Instagram Story Sieht man das auch Ich hab mein Nintendo 64 In Bastis alten Lupo Reingebaut Und da konnte man dann Zu vierteren zocken Und das war seit zwei Jahren Das größte Event Auf dem ich mal wieder war Und ähm Hinterher Also da sind dann Die ersten schon gegangen Da sind dann Ein paar Leute Mit einem Land Rover Hinten Hinter der Lagerhalle Ist so ein Das Also das war ganz absurd Das ist Eigentlich ist da alles Feld Aber plötzlich ist da so 100 mal 100 Meter Oder so So richtig harte Offroad Strecke Also richtig übel Und da sind wir drüber geballert Und ich Ich dachte halt echt erst Wir fahren jetzt über den Landweg Irgendwie So ein paar Schlaglöchern Haha Als ich dahin eingeladen wurde Und wir haben uns halt hinten Auf die Ladefläche gesetzt Also offen ne Und nur so ne So ne Holzbank Und dann fängt das da an Und du Das erste was passiert ist Dass du Über 45 Grad Steil bergab ballerst Das war auf jeden Fall Richtig scary Aber war ein Event Ey ohne Scheiß Was ist das für eine Stabile Geburtstag Party Wo man einfach ein Auto hat Dediziert zum N64 spielen Ja Dann spielt dann auch Irgendwie Mit ihren diversen Bands Dann seid ihr mit dem Last irgendwie Offroad gefahren Was ist denn Was What the fuck Der soll mal auch Was kostet das Wenn der mal meine Geburtstagsparty organisiert Das war sein 30 Also der hatte da auch schon Bock was Großes zu machen Ja Man kann immer was Großes machen Aber ja Klar kann man Ja Aber scheiße man Also Wie Hat er gesagt Ey ich wäre 30 Herodes soll nicht kommen Aber vielleicht wäre ganz geil Wenn wir so einen Rover hätten Ja Ah hier Ich sehe jetzt auch gerade Ich bin jetzt bei Google Maps Das ist halt echt so ein richtig harter Also was du eigentlich normalerweise nur mit Fahrrad fährst So in meiner Wahrnehmung Mhm Und dann ballern wir da halt mit diesem Auto lang Ich habe halt echt 3-4 Mal gedacht Das Auto gibt zur Seite weg Es war richtig übel Ah ja das hat es auch in die Oase Nur 3 Euro im Monat reingeschrieben Genau War auf jeden Fall gut Forstweg Umferstedt Okay also wenn ihr mal richtig Bock auf Party habt Forstweg Umferstedt Ja So So viel dazu Okay Ich schaue mir ganz kurz Knife in der Toaster an Du kannst dir so lange irgendein Zeug erzählen Ich erzähle irgendein Zeug Äh ich habe einen Vogel gehabt Das hatte ich besprochen Dann vielleicht eine kleinere Sache Diese Woche Julian Bam wurde gehackt Nein Ich vermute ja Weil die Leute es satt sind Wie schlecht er Synchronarbeit macht Seit dem neuen Sonic 2 Ist er ja wieder in aller Munde Und äh Da ist es ja nur gerecht Den mal zu hacken Mhm Für seine schändlichen Taten Und äh Da wurde dann auch so Krypto Scam Hochgeladen Was Was Also auch sein Kanal richtig Genau Hier Sick Alle reinpumpen In mein Wallet Und hier Okay Machen Machen Und mittlerweile ist der Kanal wieder da Ich glaube es waren sogar beide Kanäle Die weg waren Und ähm Ja ist alles wieder gut Es war Ist eigentlich Das wird Das ist ja langweilig Es wird ja immer so aufgeklärt Ne Es geht dann immer so Oh seit drei Tagen habe ich keinen Kanal Meine Existenz Äh äh Aber die großen Kanäle Die kommen eh alle wieder Also Ja Da sitzt YouTube Wie bei Imp Der dann so richtig rumgeheult hat Als sein Kanal weg war Ja bei Es war ja klar Bei Imp Ist es vielleicht was anderes Als bei Julian Bam Ne Eine Sache Wenn ich im E-Kognitum-Modus unterwegs bin Auf YouTube irgendwas mache Ich kriege immer so eine ganz merkwürdige Werbung Ich weiß nicht ob du die auch kennst Wo es heißt Robert Geissen war bei Late Night Berlin Und hat eine einmalige Anlagestrategie Für Bitcoin Ähm von wegen Und die Zentralbanken werden das irgendwie zeitnah verbieten Also muss man das jetzt machen Mit so einer Roboterstimme Und ich habe mir die Werbung ganz zu Ende angeguckt Weil die sollen ja ruhig auch für ihre Werbung bezahlen Die Leute die das anbieten Aber es war ganz komisch und ganz gruselig Ich weiß nicht Wer fällt denn auch sowas rein Das ist halt echt witzig Weil das war Irgendwann im Stream habe ich mal gefragt Was so die nervigsten Werbungen sind Die die Leute kennen Oder halt regelmäßig bekommen Und bis dahin hatte ich die nie Und da hat das irgendjemand geschrieben Und dann habe ich kurz darüber geredet Und auf einmal habe ich die andauernd bekommen Mhm Ist halt wieder so ein Ding Ja Und ich bekomme ganz oft in diesen Webseiten Wo an der Seite nur so Anzeigefensterchen sind Irgendwas Äh Hier kriegen sie so ganz viel Ohrenschmalz aus dem Ohr raus Und daneben da halt so ein Wattepad Oder so ein Watteschnisch Und ganz viel Ohrenschmalz dran Der Tweezer oder Twittler oder irgendwo Twittler, Twittler heißt der Dieses Spiralending Ist es das? Ey keine Ahnung Auf jeden Fall Ich denke auch immer so Boah mach das weg Und dann klicke ich die Werbung weg Und manchmal fragt mich Google warum Das ist eigentlich ja obszön Aber dann kriege ich die immer wieder trotzdem gezeigt Was hoffen die sich denn davon Dass ich unbedingt Ohrenschmalz sehen will Und dann unbedingt irgendein Produkt kaufe oder was Ja Ich glaube eher dass die Die wollen dass ich so angewidert bin Dass ich auf das X drücken will Aber mich verklicke und dann drauf drücke Zack gekauft Wahrscheinlich ist es das Oder irgendeine künstliche Intelligenz hat rausgefunden Dass das voll viel bringt Und dann versteht das ja immer kein Mensch Ich weiß nicht wie dämlich du sein musst Um auf solche Dinger reinzufallen Also gut bei dem geht es wenigstens um Produkt Aber ich kriege jetzt zum Beispiel auch ganz oft So Werbung Das Leben von drei Personen Auch so Computerstimme Das Leben von drei Personen Hat sich schlagartig geändert Weil sie in den letzten 90 Tagen in Bitcoin investiert haben Ja 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 Das kriege ich genau Das kriege ich auch mal Und alleine Alleine dass du dir denkst Okay aber dann Also Diese Werbung ist ja seit drei Wochen die gleiche Und es sind immer noch 90 Tage Alleine das ist halt so dumm Hm Naja Mich würde wirklich interessieren Was da so dahinter steckt Also früher oder später Wird da Simpli sicherlich ein Video drüber machen Und uns das erklären Bis dahin werde ich es einfach mal dulden Sehr gut Und du guckst das dann immer schön in voller Länge Auch wenn da so ein Das gibt ja manchmal so irgendwie Einstunden Video So eine Christenmesse oder sowas Nee das nicht Und ich mach das ja sicherlich auch nicht jedes Mal Weil dafür ist mir jetzt halt auch so schade Aber das fand ich beim ersten Mal gucken So seltsam Und so komisch Und so Offensichtlich Bullshit Dass ich mir dachte Alter da muss ja jetzt irgendwo eine Pointe versteckt sein Oder so Also So Aber man findet ja die Videos auch Irgendwie nie Also Die Werbung sieht man ja nur Wenn sie gerade eingeblendet ist Es gibt ja nirgendwo Ja Die Werbung Wenn man sie sich angucken möchte Das finde ich halt auch richtig schade Weil diese Tweedler Scheiße Wollte ich mir auch nochmal raussuchen Weil die Betonung auch so ganz komisch ist teilweise Und da frage ich mich Ob die das mit Absicht machen Oder ob das Eine Übersetzung ist Oder so Das ist so schlecht Genau Und das sind dann irgendwelche Billig eingekauften Schauspieler Die nicht mal richtig deutsch können Die sagen Ich habe 500.000 Euro gewonnen Ja Alter das Was soll das bewirken Dieses Monokular erobert Das Netz im Sturm Hatste das schon? So ein Fernrohr Was halt irgendwie ganz weit zoomen kann Und das ist auch alles ganz komisch betont Aber halt Das finde ich immer gut Wenn Sachen automatisch Das Netz im Sturm erobern Dann ist das ein gutes Zeichen Dass die Werbung brauchen Ja auf jeden Fall Ja gut Nee aber der Julian Bam Das war bestimmt nur so ein Marketing Ding Der hat den Scam selber hochgeladen Und hat dann hinterher gesagt Ich kann nichts dafür Ich wurde gehackt Und jetzt War der nicht irgendwie bekannt dafür Dass der immer hochqualitative Videos gemacht hat Inzwischen sehe ich nur irgendwie in den Trends Reagiert auf die nächste minderjährige TikTok Schlampe Keine Ahnung Mit Rezo zusammen Ja Mich auch Alter Was ist denn da jetzt aus denen geworden Die waren doch irgendwie mal gut Na der hat einen Zweitkanal Bullion Jam Okay Und da hat er dann halt quasi Wegwerf-Content angefangen Und der ist dann wahrscheinlich einfach hochgegangen Mit den Ja Mit der halt Reichweite Okay Ein Zehntel oder ein Hundertsteltes Aufwand so Und gleiche Klicks Von daher Aber der hat auch Wenn es ihm wert ist Dass jetzt Leute wie ich denken Okay Spaß Dann soll er es machen Ja Twitch macht ja auch der Spacko Das machen ja eh nur die größten Opfer Ja Naja Also keine Ahnung Ich kann mir schon vorstellen Dass das irgendwie auf Dauer Ein harter Druck ist Die hatten ja da so ein krasses Haus Wo die da irgendwie zu zehn drin gelebt haben Und jede Woche da so ein Video produziert Aber ja Keine Ahnung So Reaction-Content Das macht doch irgendwie auf Dauer nicht glücklich Würde ich jetzt mal sagen Keine Ahnung Ob die das auch einfach als täglich Brot sehen Und das deshalb machen Und dann so Ha 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 Guck das mal an Ha 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 Ja Und deswegen hat er sich jetzt gedacht Ich scam die Leute alle mal mit Bitcoin weg Und dann ziehe ich nach Dubai Wahrscheinlich Sehr sehr gut Zu Simon Desu Ja Aber mal persönliche Frage Wenn ich Videos gucke Und sehe Das sind einfach Ausschnitte aus Streams Die sind zusammengeschnitten worden Wo zum Beispiel der Chat oder so zu sehen hat Äh ist Dann finde ich die Instant weniger gut Ja Einfach weil ich Weil ich merke Dass die nicht für YouTube sind Sondern dass es einfach nur Nochmal neu verwertet ist Auch wenn das vielleicht gute Videos sind Dadurch finde ich sie immer nochmal wieder scheiße Und denke mir so Ne gucke ich nicht Also das ist es bei mir nicht Ich finde zum Beispiel Äh Imp hat ja das auch Dass er nochmal so Ausschnitte aus dem Stream Auf einem anderen Kanal hochlädt Und da er aber eine Szene hat Wo man quasi nichts sieht Und es ganz normales Bild ist Dadurch stört es mich nicht Aber wenn man halt den Chat sieht Was ich ja eigentlich gut finde Dass man den Chat sieht Aber dadurch wirkt das Video dann gleich weniger wertig Weißt du Genau Ne Aber es geht mir nicht darum Dass es halt zweitverwertet ist Sondern eher Dass es halt in der Präsentation Einfach ein bisschen schäbiger aussieht Ja Ich habe überlegt Ich habe ja vor zwei Jahren Auf meinem Kanal Auch einen kleinen Zusammenschnitt gemacht Ich werde den wahrscheinlich wieder runternehmen Weil der ist kacke Da bin ich nicht fröhlich drüber Na gut Solange du Äh Sie schiebt Sturmfrei Aber du hast schon masturbiert Nicht runternimmst Das ist alles in Ordnung Ja das Dieses Video entspricht ja Voll und ganz der Philosophie meines Kanals Schön Nämlich Trash Songs Na eigentlich stimmt es nicht mit der Philosophie überein Weil in diesem Video gibt es Qualität Scheiße Naja Ähm Ja jetzt haben wir sehr viel über Julian Bam geredet Eigentlich ist er irrelevant So Wer relevanter ist Xavier Naidoo Ja man Er ist wieder unter uns Er ist wieder einer von uns Oder er braucht Geld Kann natürlich auch sein Ich sag mal Jetzt fehlt nur noch Nena Dann bin ich glücklich Mhm Ich glaube Alle anderen sind dir egal Du willst nur Nena Nee Oder hast du Bezug zu Xavi Naidoo Naja Ja wegen Oma Also Xavi Naidoo hat ein Stuntman Video gemacht Hashtag OneLove Drei Minuten Und er sagt da bestimmt fünfmal Dieser Weg Ja das wird sich Und leicht wird er auf jeden Fall nicht sein Er hat jetzt nochmal reflektiert Und reflektieren ist ganz ganz wichtig Und ist zu dem Schluss gekommen Dass er sich in extremistische Kreise bewegt hat Was er nicht möchte Und auf irre Wegen gewandelt ist Und jetzt möchte er zurückfinden Und er ist geläutert quasi Und kauft mein Merge Ja also Nee das sagt er nicht Aber das ist impliziert Man kann sagen Status quo ante Er ist jetzt wieder Er ist jetzt nicht mehr ein bisschen irrelevant Sondern richtig irrelevant Weil jetzt hat er ja gar kein Merkmal mehr Ja Ich mein was hat uns an Xavi Naidoo interessiert Außer er ist Schwurbler So also Hm Davor saß der noch in irgendeiner Jury Aber da kommt er bestimmt auch wieder Nicht mehr rein Auch wenn nicht sogar wirklich DSDS Ich bin mir nicht sicher Ich glaub The Voice oder X-Faktor Oder sowas The Voice Ne X-Faktor nicht Das hatte nur zwei Staffeln Hm Na gut Auf jeden Fall Guter Mann Oder Total Also ich weiß nicht Ob ich ihn jetzt abgekauft hab Es war mir auch ein Ticken zu egal Aber ich denke mal Das setzt zumindest den Ton Auch gegen diese Schwurbler Szene Naja Also ja Ich find das Ich find jeden gut Der da irgendwie aussteigt Aber ist natürlich klar Dass dann Alle sich das Maul zerreißen Und sagen Ey ja der ist doch gekauft Oder seine Familie wird bedroht Oder er ist ein Deepfake Hab ich auch gelesen Ja witzig Der hat sonst immer Eine Sonnenbrille auf Und in dem Video nicht Das ist doch ein Zeichen Was will er uns damit sagen Und so Also ganz ganz finster Das wird sich zurecht gebogen Wie man lustig ist Ja also man Man kann mehr so Mitleidsvideos machen halt Wenn man die Augen so sieht Die so fast tränen Ja Das stimmt Vielleicht ist es ja so Das ist natürlich jetzt wieder So eine Hoffnung Auf eine gute Welt Dass vielleicht der ein oder andere Schwurbler jetzt sagt Ach ich hab's mir anders überlegt Aber der Xavi hat das ja auch gemacht Das heißt es ist ganz in Ordnung Sich das anders zu überlegen Vielleicht passiert das ja Ja 2-3 bestimmt Das reicht doch schon 2-3 Aber es gibt doch auch jetzt aktuell Gar nicht mehr so den Anlass oder Also ist jetzt noch irgendwas eingeschränkt Du bist doch da voll im Game Es gibt noch eine Maskenpflicht In öffentlichen Verkehrsmitteln Jetzt muss ich Jetzt muss ich schon überlegen Ja Ja Also da lohnt sich dann vielleicht Der Grabenkampf nicht mehr so hart Auf Telegram Ja ne Das sind nur die Leute Die jetzt Die jetzt nicht einsehen wollen Dass sie wahrscheinlich Unrecht hatten Mit dem Statement Ö das wird niemals enden Die naja gut Wenn es jetzt wieder um 4. Impfung geht Die sagen dann auch Und sowas halt Beispiel Also da hatte ich auch mal gegoogelt Da heißt es eh für jüngere Leute Jenseits der 60 bringt eine 4. Impfung Jetzt auch nicht wirklich was So Aber das lesen die Schwurbler ja nicht Die sagen 4. Impfung Und dann gibt es auch eine 5. Und nö Ja Aber exact wie Natur Wenn eine Wenn eine dedizierte Omikron-Impfung rauskommt Mhm Wirst du die Idee erholen? Ja denke Keine Ahnung Also Kommt drauf an Wenn es jetzt wirklich Also es geht ja gerade steil runter Mit der Inzidenz Wenn es tendenziell Wirklich gar nicht mehr Wiederkommen sollte Was ich nicht glaube Dann Muss es nicht sein Aber so Keine Ahnung Schadet jetzt nicht Bei den letzten 3 Tagen War wieder viel Also Echt ja Mhm Keine Ahnung Ob das an Nachkorrekturen lag Oder irgendwas anderem Aber ich sag mal Jeder Lockerungsschritt Bedingt ja Dass die Zahlen Wieder ein bisschen hoch gehen Dann gehen sie halt wieder runter Wenn man Weil wieder alle mehr durchseucht sind Ja Guck mal mal Guck mal mal Ich hätte schon ganz gerne Auf jeden Fall Dass im Sommer Möglichst low ist Dann fühle ich mich auch gut dabei Wenn ich auf so ein großes Konzert gehe Mhm Oder du holst dir einfach schnell Infektionen Aber willst ja nicht Nee Aber das ist halt auch die Sache Also Ich glaube halt Mein Triple Moderna Ist echt Eine gute Sache Weil Ich jetzt echt Viele Situationen hatte Wo es dann irgendwie hinterher hieß Ja ich bin übrigens hier Positiv Ob das jetzt MCM ist Oder andere so Äh Und da hätte es schon Eigentlich passieren können Dass ich mich anstecke Aber ist halt nicht Weil Ja ist halt natürlich immer die Frage Ob das Ursache und Wirkung So richtig zusammenhängt Ob es andere Faktoren sind Kann auch sein Klar Ich will da kein Bias entwickeln Aber ja Äh gut Corona ist over Ganz kurz noch Zu Corona Ähm Habe ich erzählt Dass die Tussi Die ähm In der Vorzimmer Vorzimmer Da hast du meine Drittimpfung Vorzimmer Mhm genau Ähm Da Da Vor mir war so jemand Äh Ja ich will meine Drittimpfung abholen Okay Sie kriegen Moderna Aber Dadurch dass sie Moderna kriegen Haben sie extra Antikörper Und die so Ja ja okay Ich wollte eigentlich Biontech Aber wenn das so ist Dann nehme ich auch Moderne So ich Ich komme als nächstes dran Ja äh Sie kriegen Biontech Aber dann kriegen sie extra Antikörper Ist auch so okay Das ist ja jetzt für Äußerst glaubwürdig Also wahrscheinlich Wissenschaftliche Evidence Auf jeden Fall Extra Antikörper haben nicht ganz gereicht Für meine Äh Für meine Immunität Ich hatte es ja vor Weiß nicht Zermorten oder so Aber jetzt kommen wir von Corona weg Gut So Wenn Xavi Natur weg geht Dann gehen wir da auch weg Äh Es gibt noch zwei richtig große Themen die Woche Von denen du wahrscheinlich Beides nicht Nicht gehört hast So Sagt dir Sagt dir Johnny Depp was Ähm Da gibt es ein Lied drüber ne Auch Ne der wurde gehauen Der wurde gehauen Und da ist jetzt Also das geht irgendwie seit sechs Jahren so Und der wurde halt richtig hart weggecancelt Der hat den Kachelmann gemacht Und äh Seine Freundin Seine damalige Oder Frau Weiß ich gar nicht Amber Hurt Die irgendwie auch mit Elon Musk was hatte Und mit James Franco Irgendwie betrogen Keine Ahnung Schwierige Fünfex-Beziehung Auf jeden Fall Und der hat sich jetzt endlich mal gewagt Sich ins Gericht zu setzen Und das läuft jetzt seit einer Woche Jeden Tag Krass Ewig lange Verhandlungen Und gefühlt jeden Tag Geht ein anderer Clip viral Weil der halt schon Ein harter Sympathieträger ist Kennst du ja Jack Sparrow Kennst du wahrscheinlich Oder Von Fluch der Karibik Nee 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 Das ist mir völlig unbekannt Ich gucke nie Filme Ja Also gucke ich auch nicht Fluch der Karibik Gut Und äh Ja Da ist jetzt ein harter Prozess am passieren Ja also auf jeden Fall habe ich irgendwie ein Video gesehen Wo Ja Äh Der Johnny Der Hat Kam eines Tages mit einem Roten Wängchen zu mir Und da habe ich ein Foto gemacht Währenddessen Johnny Depp nur ganz traurig auf so einer Bank sitzt Und zeigen die das Und da hat der wirklich so ein Autschi an der An der Wange So ist es Ja es Es gab ein paar geile Clips Wie irgendwie der Der Was ist denn das Der Verfolger Der Strafverfolger Der halt quasi gegen Johnny Depp ist Der ist irgendwie schlecht vorbereitet Und sehr nervös Und da gibt es sehr viele Lustige Ausschnitte Wie er irgendwie ganz viele Sachen wiederholt Und Johnny Depp ist sehr sehr schlagfertig Und Sagt dann so Oh können sie das nochmal wiederholen Während er das halt schon dreimal Gesagt hat Und so Geschichten Und Weißt du wer noch schlagfertig ist Wer denn Seine Ex Ne der Große Skandal ist daran ja Die ist augenscheinlich hübsch Ja Und das ist halt immer so ein Vorteil Da sind ja Menschen auch biased Und Sie wurde halt nicht gecancelt Und ist in Was weiß ich Aquaman und so Weiterhin aufgetreten Und er ist ja jetzt aus diesem, dieses hässliche, nach Harry Potter haben die doch Tierwesen, irgendeinen Scheiß, so eine Trilogie gemacht. Und da haben die halt mittendrin einfach den Bösewicht ausgetauscht, Johnny Depp gegen Mads Mikkelsen, ohne das irgendwie zu erwähnen. Also das ist einfach eine andere Person. Und sie macht aber weiter lustig Filme und da sind jetzt viele am hoffen, dass es endlich mal dann Konsequenzen gibt für sie. Ja, interessant. Wie heißt die Tussi nochmal? Ember Hurt. Für mich eine von vielen langweiligen Blondinen. Konsequenzen für Ember, schrei ich mir jetzt aufs T-Shirt. Ja. Ember, Ember, Johnny Schember. Schember. Mhm. Ember Hurt. Ja, letztendlich quasi richtig eine reingekachel, Mann. Richtig eine reingekachel, Mann. Die sechs schockierendsten Prozessaktionen. Ja, aber der Johnny, das ist schon einer. Aber der erinnert mich auch ein bisschen an eine Person, die wir kennen, von der ein Mantel in meinem Dings hängt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum. Von der ein Mantel? Du hast mir einen Mantel mitgebracht von dieser Person. Nie im Leben. Doch, der gibt mir manchmal so Vibes. Ich weiß auch nicht. Okay, na gut. Na gut. Okay. Kommen wir zu anderen schlagfertigen Leuten. Mike Tyson. Wir haben eine ähnlich steile Karriere hingelegt, muss man sagen. Das stimmt wohl, ja. Mike Tyson ist Flugzeug geflogen, den kennst du. Mike Tyson. Der hat einen harten Leberhaken. Okay. Und der ist Flugzeug geflogen. Ja. Und dann? Der hatte einen Typen hinter sich sitzen, der wahrscheinlich irgendwie Fan war oder so. Und er hat die ganze Zeit richtig, richtig hyperaktiv so hinter ihm Faxen gemacht und gesagt, Mike, Mike, Mike und so können wir ein Foto machen. Und dann haben sie halt ein Foto noch zusammen gemacht. Und dann hat der aber nicht aufgehört und hat immer weitergemacht und hat am Stuhl rumgeruckelt und das hat alles einer auf der gegenüberliegenden Reihe gefilmt. Und irgendwie nach einer halben Stunde Mike Tyson nicht in Ruhe lassen, hat der sich dann umgedreht und hat richtig hart auf den eingeprügelt. Und da gibt es so einen Zusammenschnitt, wie der halt so richtig hyperaktiv so die ganze Zeit im Flugzeug halt auf den Sack geht. Und dann Schnitt, wie er richtig, also der hat dann richtig auch ein bisschen Blut am Kopf und hat so eine richtig fette Lippe und guckt dann so ganz traurig. Das ist ein bisschen Comedic Timing von allem gewesen, von diesem Zusammenschnitt. Aber darüber hinaus finde ich schockierend, dass das alle irgendwie in Ordnung finden. Dass Mike Tyson, der irgendwie einer der stärksten Menschen der Welt ist, Profiboxer, dass er dann halt sagt, okay, ich wams den halt jetzt zusammen, statt irgendwie zu sagen, hier, schmeiß den mal raus oder was weiß ich. Zwei, ja genau, aus dem Flugzeug. Zwei Gedanken. Ja. Also, drei Gedanken. Ich finde es brutaler, jemanden aus einem fliegenden Flugzeug zu schmeißen, als ihn zu prügeln. Ja, landen und dann raus. Wenn man gelandet ist, steigt man eh aus. Ach gut. Zweiter Punkt. Wahrscheinlich hatte der auch einfach auf seiner Bucketlist einmal von Mike Tyson verprügelt werden. Möglich. Eigentlicher Punkt, ich finde, auch wenn Gewalt kacke ist, wenn man drum bettelt, warum soll man sie nicht bekommen? Ja, das ist alles richtig, aber das ist halt trotzdem irgendwie ... Ihnen muss doch klar sein, dass es eine Konsequenz gibt. Also, er hätte dem doch komplett aus dem Weg gehen können. Ja, natürlich. Ich gehe da ja auch mit und Mike Tyson hat ja vorher auch gesagt, lassen Sie das und lassen Sie mich in Ruhe und so. Und ... Aber der ist halt trotzdem ... Also, seine Faust ist ja ein fucking Dampfhammer, ja? Also, das ist ja dann schon ein versuchter Mord. Das ist halt schon eine Sache. Ja, aber das folgt irgendwie, auch wenn Mike Tyson ein Mensch ist, folgt das dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie ... Ja, aber da kann man doch eine Ohrfeige geben. ... auf Beton draufspringen und dann sagen, der Beton war's. Na gut, aber da ... Ja, der hat in einen Wespendest reingestichelt. Das ist schon sehr richtig. Aber da hätte es ja auch eine Ohrfeige getan und nicht ... Also, der stellt sich halt echt in diesem Flugzeug auf und prügelt da in einer Tour hinter sich so. Das ist halt schon ein Move, sage ich mal. Ich habe das Video nicht gesehen. Vielleicht macht es wirklich brutaler als nötig. Ich weiß auch nicht, wie oft er ihn ermahnt hat. Ich weiß nicht, ob er vielleicht schon mal eine Stufe etwas geringerer Gewalt vorangeschickt hat, die nichts gebracht hat. Aber wenn die Zündschnur platzt, die Hutschnur oder irgendwie sowas ... Alle Schnuren platzen einfach. Ja. Es gibt keine intakte Schnur mehr. Aber besser als die Wut eine halbe Stunde lang anzustauen, ist vielleicht nach fünf Minuten den Typen einfach mal am Kragen packen und sagen, Junge, du lässt das jetzt. Du lässt das. Woher ist das schon wieder? Ach so, das Video? Du lässt das? Woher ist das? Das hat, glaube ich, die Super-Nanny oder so mal gesagt. Okay, nice. Ich habe dir das Discord-Video geschickt deswegen. Ja, also das Ding ist ja, ich verstehe das auch alles. Ich war einfach nur ein bisschen schockiert, dass alle halt wirklich so, ja, guck mal, wenn du einen nicht ärgern willst, dann Mike Tyson. Und ja, you got it coming und sowas. Und irgendwie, es war halt einfach keiner, der dabei war und sagt, ja gut. Also hätte das jetzt halt nicht Celebrity gemacht, würde man vielleicht auch sagen, nicht so geil. Ja, ja, wahrscheinlich wäre es dann ein weiterer dummer Amerikaner, der wieder durchdreht. Ich mache mich mal kurz auf Stimme und sehe kurz das Video, solange kannst du ja die nächste Meldung vorlesen. Alter, die nächste Meldung, wie hat es sowas von in sich, ne? Ich glaube, ja, wir kommen jetzt mal zu der Sache, wo ich es eigentlich ein bisschen schade finde, dass Tino nicht dabei ist. Weil ich glaube, dass Herr Hodes und ich da sehr ähnliche Meinungen zu haben. Und ich weiß von Tino, dass er eine konträre Meinung hat. Er sagt zu dem Thema, schwierige Sache, also ich kann schon mal spoilern, alle dumm, allen voran Joyce. Und da haben wir auch schon direkt den Namen, der hier am relevantesten ist, Joyce Ilk. Herr Hodes kennt die Dame auch aus der Pong-WG. Ja, Pong, geil. Ja. Die ist nämlich in einen kleinen Shitstorm geraten. Und ich weiß nicht, ob du es eben gehört hast, Tino hat da auf jeden Fall ein bisschen eine andere Meinung zu als ich. Ja. Wobei ich jetzt auch noch nicht so komplett mir sicher bin, was genau jetzt meine Meinung ist. Ich bin ja kein Joyce-Fan, ja. Aber ich glaube, ich kann das schon... Also ich stelle mich einfach überschützend vor Leute, die irgendwie Opfer sind von... Und oh Gott, wenn ich jetzt schon Opfer sage, mache ich mich bestimmt schon schwierig hier. Ja, nimm es nicht so schwer. Opfer sind von Situationen, wo es heißt, diesen Witz kann man nicht machen. So, weil da stelle ich mich immer da vor und sage, äh, vielleicht doch. So, der wurde nämlich fotografiert. Der wurde fotografiert. Sie hat sich fotografiert mit Luke Mockridge. Da weißt du ja vielleicht auch Bescheid, da haben wir auch mal drüber berichtet, dass er... Naja, der Jörg Kachelmann ist 21.100. Genau, genau der. Und... Der deutsche Jörg Kachelmann. Ich weiß nicht, warst du auch mit Feiern mit Ines damals? Nee, leider nicht. So, und die hatte ja... Ja, die hatte ja in ihrem Podcast so gesagt, dass da sehr viele nicht so geile Sachen passiert sind. Wohl auch bis hin zur Vergewaltigung. Wo das halt in der Situation irgendwie nicht ganz klar war, aber eigentlich ihm hätte doch klar sein müssen. Oder, äh, und so weiter. Ähm, ja, also ist glaube ich bis heute nicht bestätigt, ob das so ist oder ob nicht. Auf jeden Fall sind K.O.-Tropfen bei dieser Sache nicht im Spiel gewesen, weswegen ich es auch okay finde, darüber zu witzeln. Denn Joyce hat ein Foto von sich und ihm hochgeladen und hat gesagt, äh, hat irgendwer von euch Eier gefunden zu Ostern? Ich hab nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. So, und das ist dann halt, haha, Gag. Und er hat das wohl irgendwie auch mal in einem Stand-Up gehabt, diese Art von Joke. Und da, da, da ging's dann halt von allen Seiten auch kleines Mariechen, ja, die echt selten tweetet, hat gesagt, das geht ja gar nicht. Das geschmackloses, äh, das geschmackvollste an Joyce ist ihr hässlicher Pullover und sowas. Und, äh... Ja, was soll denn das? Ich, äh... Ist ja nicht besonders schlagfertig, oder? Was, mit den K.O.-Tropfen? Nee, zu sagen, du hast einen hässlichen Pullover. Achso, ja, na, das... Wenn das, wenn das geschmackvollste an Joyce ihr hässlicher Pullover ist oder irgendwie sowas. Egal. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, ja, ist jetzt vielleicht nicht der beste Gag, ja, aber zu sagen, ich seh da keinen Gag oder so, ist schon mal dumm. Und, äh, ja, also, ich fänd's halt sehr viel schlimmer, wenn, wenn sie da halt jetzt mit nem Charles Manson sitzen würde, der bestätigter Mörder ist und dann irgendwie so ein Gag macht, haha, heute Nacht wieder Kinder umgebracht oder sowas. Das wär, das... Robin, wir sind, wir sind hier unter uns. Ja. Sind wir mal bitte ehrlich, es wäre verfickt nochmal lustig. Es wäre auch witzig, ja, aber dann würde ich eher verstehen, dass das halt nicht geht. Und hier wurde ein Fass aufgemacht, ich weiß nicht. Das ist natürlich ein sensibles Thema, ja, deswegen, ne, ich hab darauf Verständnis, ja, Frauen vergewaltigen ist nicht so gut, muss man mal sagen an der Stelle. Ähm, aber mir geht's da halt ums Prinzip, so. Ob das nun darum geht, also, Männer vergewaltigen ist genauso nicht gut und würde ich halt nem Witz gegenüber auch genauso stehen. Weiß ich nicht, wer bei so einer Aussage gewinnt, dass Männer vergewaltigen auch nicht gut sind, also, ich, was, was, was stört die Leute? Also, alle sagen, dass der Luke irgendwie voll der Vergewaltige ist und sie sympathiert mit ihm, ist das das Problem? Ja, sie nimmt es halt nicht ernst und macht sich darüber so ein bisschen lustig. Okay. So, sie hat dann noch hinterher den Post bearbeitet und hat ein Stuntman drunter geschrieben. Da es zu Missverständnissen gekommen ist, erkläre ich hiermit den Gag. Das sollte kein Witz auf Kosten von K.O.-Tropfenopfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O.-Tropfen-Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher Beweis von Schuld ausgelegt wurde. Er hat aber ja niemandem K.O.-Tropfen gegeben. Mir war klar, dass es nicht jeder lustig findet, muss ja auch nicht. Mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich auch. Das war einfach nur ein lockerer Spruch. Wer da mehr Aussage meinerseits rein interpretiert, dann liegt das an deiner persönlichen Wahrnehmung, nicht an dem, was ich aussagen wollte. Das ist natürlich noch so ein bisschen nicht ganz elegant zu sagen, hier, du bist blöd und so, weil du das falsch aufnimmst. Es ist ja auch völlig in Ordnung, dass Leute das anstößig finden. Ja, da haben sie auch jedes Recht zu. Aber halt zu sagen, das geht nicht. Das sind immer so die Momente, wo ich dann halt sage, ne Moment, muss schon irgendwie gehen. Ja, aber das ist wieder so, Twitter, mehr Leute als nötig zerreißen ihr Maul, weil sie wieder mal Bock haben, sich aufzuregen. So, das ist mein Eindruck. Hier war es tatsächlich Instagram. Nochmal bitte? Hier war es tatsächlich Instagram. Also hat es mal Regen auf Instagram getweetet? Nee, aber ja, auf Twitter haben natürlich Leute darauf reagiert auch, aber das eigentliche Happening war auf Instagram. Ja, genau. Okay, wie ordne ich das ein? Jetzt muss ich es natürlich umdrehen und mir vorstellen, es gibt, also damit ich aus meiner privilegierten Haltung das genauso sehen kann, es gäbe jetzt eine Frau, die einen Kerl vergewaltigt haben soll. Wenn jetzt ein Kerl mit dieser Frau ein Foto macht und dann Witz drüber macht, fände ich das schlimm. Ich glaube, du... Vielleicht, 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 äh, vielleicht würde ich es verstehen, ja gut. Vielleicht würde ich ein paar Personen verstehen, die das nicht witzig finden. Ja, ja, absolut. Das sage ich ja auch gar nicht. Und wir können gerne nächste Woche auch noch mal Tino zu Wort kommen lassen mit ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ich sage ja auch nicht, dass das nicht okay ist, das scheiße zu finden. Das ist ja völlig in Ordnung. Und wenn du selber Vergewaltigungsopfer bist, dann würde ich das halt richtig, richtig zerrütten wahrscheinlich. Aber trotzdem sage ich halt, dass das nicht, man sollte das nicht so darstellen, als geht das nicht. Das finde ich halt schwierig. Es geht, ja, ja, das, das verstehe ich. Nachfrage ist, es ist nicht geklärt. Also es ist noch offen, ob, ob er scheiße geworden hat oder nicht. Es ist nicht so, dass er freigesprochen ist. Ja, also es gibt auch keinen Prozess, soweit ich weiß. Das ist halt einfach, das steht so im Raum und er hat gesagt, er hat das alles nicht gemacht so. Und gibt halt keine Beweise. Ist natürlich schwierig bei so einer Situation, wo nur zwei Leute anwesend sind. Wie willst du das hinterher beweisen so? Ich kann mir auch vorstellen, dass das so war. Also keine Ahnung. Aber solange es halt nicht bestätigt ist. Ich bin halt auch auf jeden Fall alles andere als Luke Mockridge-Fan. Und Joyce Ilk finde ich auch nicht witzig. Also das sollte da halt auch keine Rolle spielen. Ja, okay. Ich habe mich entschieden. Der Witz an sich ist von seinem Aufbau und seiner Struktur auf jeden Fall witzig. Ich hätte es aber trotzdem an ihrer Stelle nicht gemacht, weil mit dem Echo faktisch zu rechnen war. Also hätte ich es wahrscheinlich gelassen. Und es ist halt natürlich nicht nötig. Ich finde einfach nur dieses Narrativ von, das kann man nicht machen, das finde ich halt schwierig. Also das kann man nicht machen, im Sinne von, es ist einfach mechanisch nicht möglich? Nee, das kann man nicht machen, von wegen, das darfst du halt nicht machen. Das ist gesellschaftlich nicht in Ordnung, sowas zu tun. Also lass das. So, das finde ich halt. So, also hier, Sophie Passmann schreibt drunter, der Witz ist handwerklich so schlecht geschrieben, der könnte von Luke Mockridge sein. Ist witzig. Der Kommentar ist wiederum auch witzig, ja klar. Ja. So, was hier Quattromilf. Mach Selfies mit wem du magst, total legitim und fair enough, aber was soll dieser Seitenhieb, der auf Kosten von Opfern sexualisierter Gewalt geht? Ja, ne, das ist natürlich, genau. Genau, das ist halt, die stellt damit halt eine These auf, das ist halt scheiße, so, was soll denn das? Diese ganzen Twitterer, die hauen in irgendein Statement irgendwie immer viel, viel mehr rein, um einen schlecht dastehen zu lassen. Das kotzt mich auch total an, so, man sagt irgendwas und dann, ja, eigentlich sagst du damit noch das und das, merkst du selber, du bist voll der Nazi, so. Ja. Permanent passiert das. Keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich irgendwie so ein Kirchen-Haha-ich-fick-kleine-Kinder-Gag mache, geht das ja aus meiner Sicht, ja, aus meiner Sicht, ja. Also, dummen Sicht, nicht auf Kosten der Kinder, sondern ist halt so. Auf gar keinen Fall. So, geht halt in Richtung, die Kirche ist scheiße. Und wenn ich irgendeinen Diktator lächerlich mache, sei es jetzt Hitler oder Putin, du hast nicht gesehen, ja, das geht doch wohl absolut nicht auf die Todesopfer. Ja. Wenn ich sage, das ist so sicher wie das Kinderficken in der Kirche, dann mache ich ja nicht Witze über die Kinder, dann kritisiere ich ja die Kirche, also, komm schon. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, das passt jetzt nicht auf den Fall, den wir gerade besprochen haben, weil sie ja offenbar mit ihm sympathisiert. Ja. Deswegen, ja, ein bisschen weit hergeholt, aber, ja, keine Ahnung. Ich stimme, es ist nicht schlau, es ist nicht schlau von dir. Also, wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich den Witz wahrscheinlich gemacht und das vielleicht in meinem Freundeskreis rumgezeigt. Aber das jetzt der Öffentlichkeit zu präsentieren, die gerade eh so ein bisschen angepisst auf alles und jeden ist und sich das Maul zerreißen will, das ist halt nicht schlau. Ja, schlau ist es nicht. Genau. Wie gesagt, mir geht es nur darum, dass es okay ist, das zu machen, auch wenn es dumm ist. Ja. Schön. Sehr schön. Dann habe ich noch eine richtig geile Sache, The Masked Singer, Masked, Alter, Masked Singer, bin ich bescheuert? Mhm. Masked, das klingt ja übelst komisch. Gibt es in Amerika auch, wahrscheinlich gab es das ja auch früher, keine Ahnung, und da wurde jetzt ein Mensch revealed, Rudi Giuliani, der hier auch schon oft Thema war, der ehemalige Anwalt von Trump. Das ist der, dem das Orangene die Schläfe runter lief, oder? Genau das. Ja. Und der wurde jetzt aufgedeckt und das hat dafür gesorgt, dass Ken Young von Community der Asiate, hätte man sich fast denken können, und Robin Thicke, der mit den Nackten da im Musikvideo, die sind von der Bühne gegangen, weil sie das nicht gut fanden, dass diese Person da eingeladen wurde. Ist ja eine sehr kontroverse Person und ist jetzt wahrscheinlich auch einfach in diese Show gegangen, um den Ruf wieder irgendwie so ein bisschen gerade zu biegen, haha, ich bin der Lustige. Aber der hat halt so viel Scheiß, aber der hat halt so viel Scheiß gebaut die letzten vier Jahre und nicht gut. Und da habe ich mich gefragt, also wer müsste in Deutschland unter so einer Maske stecken, damit irgendwie Judges oder was weiß ich was das sind, Jurymitglieder von der Bühne gehen. Björn Höcke. Ja, okay, aber ja gut, das ist halt ein Politiker, aber so einer, der nicht Politiker ist, gibt es da jemanden? Ja, Taylor Hildmann. Ja, okay, ja doch, diese Richtung halt, ja gut. Aber sonst, ja, die Schwabler-Szene halt, es sind ja halt keine, ich sag mal, normalen Celebrities eingefallen, die halt so kontrovers sind, sag ich mal. Wo Leute sagen, ja vielleicht, keine Ahnung, Freiwild, irgendwie sowas in der Größenordnung. Ja. Tino würde jetzt sagen, der Sänger von Onkels, der Kevin. Der Sänger von Onkels, der Kevin. Hm. Naja, weiß ich nicht, Onkels halten sich ja, halten sich ja immer wieder so ein bisschen distanziert, aber wer käme denn noch in Frage aus der Richtung? Ja, vielleicht sogar Lunikov einfach. Ist das so ein deutscher Celebrity, ja? Na, aber nicht. Weiß ja nicht. Oh, scheiße, wenn das Twitter hört, ich bin so raus. Ist der nicht irgendwie im Knast oder so? Ich habe ihn jetzt nicht, nicht, länger nicht mehr angerufen. Ach, du hast ihn gekosplayt. Ach nee, nicht, geroleplayt. Ja, das stimmt. Nein, das sollte man jetzt vielleicht gerade rücken. Also, er hat diesen Namen verwendet. Und was warst du, ein Trollzucker? Um einen dicken, dummen Trollzucker, der aber verdammt gut tanzen kann, zu personalisieren. Ja, und zwar bei Pen & Paper. Wenn das jetzt wiederum Lunikov hört, das ist natürlich jetzt wieder fies, aber ey, der kann echt gut tanzen. Der tanzen auf zwölf. Mit dem W20, da würfelt er immer einen kritischen Erfolg. Ja, gut. Ich habe jetzt, ich lese jetzt gerade den Namen und da dachte, hey, der ist doch bei den Onkels. Jetzt habe ich mir selber so eine Tino-Falle gestellt. Michael Regner, das klang für mich wie jemand, der bei den Onkels ist. Egal. Der heißt, glaube ich, Wegener oder sowas. Moment, das muss ich ja ganz kurz. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass so ein Nazi-Sänger hier bei Masked Singer auftritt. Die Frage ist, bist du dir sicher? Wenn Dujani auftritt, vielleicht wird er jetzt, vielleicht ist dann wieder Zeitenwende und jetzt treten doch Leute da auf. In Amerika vielleicht dann doch schon wieder. Studioalbum. Diese Leute, die immer aufhören und dann ein Comeback machen. Ey, meinst du eigentlich, dass Zeitenwende sowas wie das Unwort des Jahres wird? Wird es das? Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Wer sagt denn das? Na, Scholz hat das ja in seiner fetten Kriegsansprache da als Framing genutzt und hat dann gemeint, ja, jetzt ist Zeitenwende, jetzt machen wir 100 Milliarden in die Bundeswehr. Jetzt wird das dem immer so ein bisschen vorgeworfen, weil der gar nicht dergleichen handelt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, es gibt ja immer so Unwort des Jahres, es kann schon sein, aber ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ah, okay. Unwort des Jahres 2021 war Pushback? Ja, weil... Was ist das denn? Weil Polen, weiß-russische Grenze, ja. Ah, ja, okay. Den Wort... Den Wort. Den Wort habe ich auch nicht gehört. Pushback. Ja, gut. Ja, das heißt halt, wenn man die sozusagen... Ja, einfach zurückdrückt. Das ist halt auch wieder so ein Euphemismus, ne? Ja, ja, ja. Wenn man abschiebt und nicht sagen will... Genau, deshalb ist es ja ein Unwort. Ja. Hammer. Ja, aber da wird es kritisiert, bei anderen Sachen wird es halt irgendwie ganz normal gemacht. Ich finde das halt widerlich. Dieses irgendwie statt Mord Liquidierung sagen und sowas, weißt du? Hm. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja, ist ja nicht dafür da, dass es in Ordnung ist, ne? Das ist halt dasselbe Konzept wie dieses... Hier, wir finden jetzt mal irgendwie dieses Wort schlecht. Das ist nicht mehr zeitgemäß, wie jetzt zum Beispiel behindert oder so. Und dann sagt man jetzt handicapped. Und dann in den nächsten fünf Jahren baut sich dann halt auf, dass man sagt, du bist so gehandicapt, ey. Und dann sagt man halt fünf Jahre später, ja, Handicap ist jetzt auch nicht so cool. Ja. Dann müssen wir ein neues Wort erfinden. Das ist ja der wesentliche Grund, warum ich dieses krampfhafte Sprache ändern wollen mit dem Argument Sprache entwickelt sich so kacke finde. Man kann das machen, aber Fakt ist, es wird immer wieder ein neuer Grund gefunden, warum man wieder irgendwas ändern muss. Und alle müssen sich anpassen, so. So, ich habe hier gerade nochmal die Seite offen. Lockdown. Warte mal, was ist das? Ach, die zweite und dritter Platz. Okay, also Wellenbrecher habe ich hier noch als Wort des Jahres. Okay. Zweiter Platz Solidarität mit A-H-R in der Mitte. Ah ja, okay. Und Flexit. Was für ein Ding? Flexit. Flexit. Und da geht es um Pflegenotstand. Ach so. Ah, ich will das wieder alle kündigen. Ja. Der Flexit, Alter. Gott. Rollerchaos gab es 2013, äh, 2019, als es Corona noch nicht gab. Hammer. Ja. Wir dachten, ne, das ist alles, jedes Jahr passiert irgendein Scheiß. Man denkt so, boah, Alter, jetzt diese Drecks-Elektro-Roller. Schlimmer kann es nicht werden. Ah, diese Drecks-Pandemie, jetzt kann es wirklich nicht schlimmer werden. Boah, dieser Scheiß-Krieg. Ja, ja. Lass uns einfach jeden Tag freuen, dass noch alles so toll ist, okay? Ja, das habe ich neulich genau so meiner Oma gesagt. Wenn sie sagt, jedes, äh, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer, dann heißt es ja, dass jetzt gerade es so gut ist, wie es nie wieder wird. Und dann muss man das ja genießen. Das gab es ja auch damals, als Rewe noch den Slogan jeden Tag ein bisschen besser hatte. Ja. Ja, warum soll ich denn heute hingehen? Ja, doch. Ist doch scheiße, ist so morgen viel besser. Stimmt. Ist gut. Ja, nice. Dann bin ich hier durch mit den wichtigen Sachen eigentlich. Können wir mal sagen, was wir der Woche geben, du. Ja, wir können uns sonst noch was singen. Auf dieser Weg wird kein leichtes sein. Ich habe die Woche gesungen. Ich habe schon wieder, ja, ich habe dir das ja geschickt sogar. Ich habe, äh, ein, noch ein neues Video, äh, bin ich gerade am machen. Ich mache zu viel gleichzeitig, da wird immer nichts fertig, ist scheiße, aber, ähm, das Lagerfeuerlied, das kommt als nächstes. Oh, das hat mir gefallen, das hat mir gefallen. Vom Technik-Text kenn ich schon, das hat mir gefallen. Ich habe das jetzt aufgenommen und habe so, ich habe mich an Heino orientiert und ich glaube, der hat auch mal so R und so gemacht. Okay. Und ich wollte einfach ein bisschen, bisschen Stimmung, weißt du. Ich habe eine Frage zur 10. Du hast ja vor vielen Jahren, damals, als wir noch bei Schnadio Schnotter aufgenommen haben, gesagt, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, ist die Woche eine 10. Ja. Ähm, wo ist da die Grenze? Also, ich habe ja den Eindruck, dass der Dritte Weltkrieg gerade sukzessive ausbricht und nicht an einem Tag plötzlich da ist. Ja, das ist halt schwierig, ne? Das macht es für uns Podcaster echt schwierig. Ja, wo ziehen wir die Grenze? Was die da auf der politischen Ebene machen. Was war denn die Woche eigentlich? Da war doch irgendwie noch so ein komischer Kriegsbrandherd. Türkei ist doch irgendwo ein Maschi. Das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Türkei ist doch hier, was haben die gemacht? Zu viel Krieg für zu wenig Podcast. Ja, auf jeden Fall. Türkei, ach genau, Nordirak, da haben die rumhantiert. Armenischer Völkermord, 2.0. Hier geht's los. Ja, genau, was ich ja kommentiert hab mit, inzwischen ist auf der ganzen Weltkrieg. Ja. Mal gucken, wo das hinführt. Aber, das Gute ist... Naja, es fühlt sich halt nicht an, als haben die das gleiche Ziel, weißt du, es gibt kein großdeutsches Reich, was irgendwie so von allen anvisiert wird. Ja, das Gute ist, bei diesem Türkei-Ding, das ist ganz weit weg. Ja. Also scheiß drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. So, also juckt ja nicht. Die Leute, die im Irak wohnen, die sind ja auch nicht ganz weiß. Von daher ist das ja auch völlig egal. Das Argument hab ich jetzt nicht genannt, definitiv zitiere ich mich doch explizit, aber Junge, Junge, ist das weit weg. Ja. Gut, also was geht mal in der Woche? Ja, ich würd jetzt sagen, Obergrenze 8, Untergrenze... Na wobei, so krass war's nicht, oder? War's krass? Was würdest du denn sagen? Was sind deine krassesten Sachen? Was ist denn deine Top 3? Ja, also rein vom Internet her ist dieses Joisting halt echt groß gewesen, hat sich dann Kuchen-TV noch reingehangen und haha, und deswegen wurde das groß, bla bla. Ja, also dieses Xavier Naidoo-Ding ist für mich schon ein Event, aber ja, Mike Tyson, das sind so die drei relevantesten. Also ich glaube, ich würd nicht auf eine 8 gehen. Nee, deshalb hab ich ja gesagt Maximum, aber ich würd eher auch weiter runter gehen. Ja, vielleicht ist es 6, 5 realistisch, irgendwie sowas. Ja, wir können von mir aus die 7 zücken. Wir können die 7 zücken. Sollen wir mal die 7er Karte spielen? Die spielen die 7er Karte, weil die Joko und Klaas, die haben uns den Krieg nochmal näher gebracht, das ist doch schön. Unironisch, unironisch, finde ich, haben die das näher gebracht. Ja. So, wenn jetzt die Russen den Krieg näher bringen, wär nicht so geil, aber Joko und Klaas dürfen das. Hm, ja, hoffen wir, ja, hoffen bringt nichts, dennoch hoffen wir mal, dass das irgendwie alles seine... Was willst du machen, außer das irgendwie sarkastisch, zynisch und ironisch zu sehen? Ja, das Maximum, was man aktuell halt machen kann, ist, glaub ich, echt Spenden für Geflüchtete, irgendwie sowas. Ja. Man kann politischen Druck aufbauen, allerdings verliere ich da auch so ein bisschen den Überblick, wer hat jetzt Recht, haben die Recht, die sagen, die Ukraine kann mit den Marderpanzern nicht umgehen? Oder haben die Recht, die sagen, ja, die Ukraine haben gerade die Russen aufgehalten, natürlich können die damit umgehen, ihr liefert einfach nur nicht, weil ihr Pimmel seid. Also, ich bin da auch irgendwie zu uninformiert, um da eine feste Meinung zu haben. Möglichst viele Plastikgegenstände nach Russland schicken. Da haben die dann da auch mehr Klimakrise als wir. Die haben das dann mehr, das Mikroplastik im Körper und dann löst sich das Problem auf lange Sicht. Genau, wir fliegen einfach mit so einem Twinblade-Helikopter mit so einem Netz drunter in diesen komischen Plastikstrudel im Ozean, nehmen da ein bisschen was mit und werfen das über Russland ab. Ja, und die denken, die Rosinenbomber kommen, aber nein. Genau, und die essen das dann. Putin isst das dann. Die kennen sich nicht aus. Die sind so blöd. Gut. Ja, dann machen wir das so. Sieben. Und wir hören nächste Woche mal, was Tino zu sagen hat zur Meinungs- und Humorfreiheit. Was zu sagen hat? Was? Ich verstehe es auch nicht. Ich höre dich nicht im Spacken. Aua. Tschüss Leute. Macht keinen Scheiß. Gut.